Was passiert eigentlich, wenn ich nach einem Krankenhaus auf Enthalt nach Hause komme? Wer gibt mir die Informationen zu meinem Krankheitsverlauf und dem Stand meiner Genesung? Die Antworten auf diese Frage und vieles mehr erwarten Sie in diesem Video. Daniela Müller hatte einen Schlaganfall und wurde deshalb zwei Wochen lang im Soteriskrankenhaus in Essen behandelt. Als der behandelnde Arzt sie entlässt, empfiehlt er ihr, dass sie möglichst schnell ihre Hausärztin aufsucht, damit diese den Genesungsprozess begleitet. Mit ihrem Arztbrief im Gepäck macht sie umgehend einen Termin bei ihrer Hausärztin Frau Dr. Weber. Frau Müller verspricht sich von ihrer Ärztin, dass sie gemeinsam den Krankheitsverlauf umfassend besprechen und vielleicht einige Erklärungen über Untersuchungen und Therapien, die vor ihr liegen. Und zuletzt Handlungsempfehlungen bzw. wie die Betreuung bis zu ihrer endgültigen Genesung aussieht. Für diese Informationen lohnt ein Blick in den Arztbrief aus dem Krankenhaus. Schauen wir uns den also einmal gemeinsam mit Frau Müller und Dr. Weber an. In seinem Formaljahr entspricht der Arztbrief einem herkömmlichen Briefdesign. Der Facharzt adressiert dabei die Hausärztin. Deshalb findet man im Briefkopf eben ihre vollständigen Daten. Der Betreff beinhaltet die Daten des Behandelten. Im ersten, inhaltlichen Abschnitt des Arztbriefs stehen die Diagnosen aus der Behandlung. An dieser Stelle sieht man auch die Stadien und Schweregrade. Die Hauptdiagnose steht zum Beispiel immer an erster Stelle und alle anderen Diagnosen kommen danach, sortiert nach ihrer klinischen Bedeutung. Daneben stehen die ICD-Schlüsselnummern. Hinter diesen Nummern verbergen sich Kapitel zur Klassifikation von Krankheiten und Gesundheitsproblemen. Frau Müller möchte zum Beispiel wissen, zu welcher Klassifikation die Diagnose Diabetes mellitus gehört. Sie schaut sich die Stüsselnummer an, in diesem Fall E11.4, und kann online auf der Seite des Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation und Informationen sehen, dass Diabetes mellitus zu den Endokrine-, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen zählt. Alle weiteren Informationen kann sie wiederum in dem jeweiligen Kapitel nachlesen oder eben mit ihrer Ärztin besprechen. Zurück zum Arztbrief. Der zweite inhaltliche Teil widmet sich meist der Anamnese. Hier geht es um den Verlauf der Krankheitsgeschichte und insbesondere die auftretenden Symptome. Auch Informationen aus der Vergangenheit der Patienten können hier aufgezeigt werden. Als nächstes kommt der Untersuchungsbefund. An dieser Stelle wird die Diagnose mit den Untersuchungen verknüpft. Hier zum Beispiel der neurologische Befund, wache, bewusstseinsklare und allseits orientierte Patientin, fingerperimetisch-homonyme Hemianopsie nach links, darüber hinaus unauffälliger Hirnnervenbefund. Den darauf folgenden Teil Zusatzbefunde findet man nicht in jedem Arztbrief. Hier werden alle zusätzlich durchgeführten Untersuchungen aufgelistet und ihre Ergebnisse dargestellt. Warum unterscheidet man zwischen Untersuchungsbefunden und Zusatzbefunden? Das dient der Übersichtlichkeit, weil es oftmals sehr viele Untersuchungsverfahren gibt, von denen nicht alle für die Diagnose relevant sind. Manche aber schon. Das EKG ist beispielsweise ein Standardverfahren und wird nicht im Untersuchungsbefund aufgeführt. Wenn man etwa Herz-Kreislauf-Beschwerden genauer betrachten möchte, sind die Befunde hier aber wichtig und es ist gut, wenn man das im Abschnitt mit den Zusatzbefunden nachlesen kann. In dem Abschnitt Epikrise, oder hier Zusammenfassung, Therapie und Verlauf, werden aus Befund und Diagnosen nachvollziehbare Therapieempfehlungen abgeleitet. Besonders bedeutsam ist dabei, inwieweit die erhobenen Befunde erklären, woher die Beschwerden kommen oder warum die Behandlung gewählt wurde. So beispielsweise hier, die initial erhöhten Blutdruckwerte besserten sich unter einer intensivierten antihypertensiven Therapie, sodass bei Verlegungen Normotonie erreicht werden konnte. An dieser Stelle kommt es oft zu Missverständnissen, wenn die Beurteilung etwa abstrakt beschrieben ist und dadurch mehrdeutig wird. Häufig werden unklare Symptome nicht erneut erklärt. Patienten sind oft verunsichert, wenn sie an dieser Stelle Dinge nicht oder falsch verstehen. Der Arztbrief verfehlt damit sein Ziel, nämlich den Krankheitsverlauf detailliert darzustellen und die Patienten ja gerade aufzuklären. Anschließend wird auch die Medikation übersichtlich, inklusive der Einnahmeempfehlungen, etwa die Einnahmedauer. Im besten Fall stehen hier sogar konkrete Beispiele dazu. Wie schon der Anfang des Arztbriefes entspricht der Schluss dem herkömmlichen Briefdesign. Die Formulierung ist in den meisten Fällen kollegial höflich. Arztbriefe verstehen, die Kommunikation verbessern. Frau Dr. Weber und Frau Müller haben den Arztbrief gemeinsam besprochen und so konnten sie den Verlauf der Krankheit rekonstruieren und Fragen aus dem Weg räumen. Ganz nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Vertrauen und Verstehen noch besser, kann Frau Müller nun beruhigt nach Hause fahren. Durch die erfolgreiche Kommunikation ist für Frau Müller der Anfang gemacht, für eine bestmögliche Genesung. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Lernen und auch beruflich. Alles Gute! Musik 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 Musik